Dieses hier angebotene Objekt befindet sich im Kreis Südwestpfalz. Die Immobilie wurde 2003 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und vier Außenparkplätze. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 135 m² beläuft sich der Preis auf 219.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bei einerرفmontenzule Objektionsberatung. Bei einer Atommentierung. Bei einer Atommentierung oldennia. Vielen Dank.